hallo liebe freunde da sind wir wieder zu einer neuen folge pharma drama usa so hier stehen beim bundel fahnden appell und hier ist kein schwein da das video wieder super aus der brava servus wo ist die mannschaft wo sind die alle ja hier mitarbeiter 8 uhr auf den zeiger die kommen meistens um zehn herum also bei uns ist das ziemlich entspannt hier in der früh den kind die den schicken wir jetzt zu dem feld da den großen der fährt jetzt irgendwas dahin machen düngen oder weiß egal was ich rufe ich rufe den 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 kind jetzt an dass der mal da seine telefonnummern habe ich da ja ich habe die alle schon abgespeichert ja wohl ich rufe ging jetzt mal an das werden wir sehen kinski ja müller hier ihr neuer arbeitgeber haben wir schon mal auf die zeiger geguckt herr kinski ja es hast du schon mal auf dem tage gucken das ist fünf nach acht ja um acht uhr ist hier dienst antritt um 10 kannst du noch mal anfragen eigentlich hatte ich auch vor heute gar nicht zu kommen was auf alter du fährst heute mal dünger jetzt hat er auch gut zu sehen es liegt ja auf der kommt um zehn vielleicht gut die kinder nicht ein monat von vier wochen wenn er zwei wochen da ist dann hat er gut das kann aber nicht wahr sein es war einer der besten mitarbeiter wird sein ernst sein wir müssen da jetzt düngen fahren hast du sonst irgendwelche mitarbeiter die herum tun wo sind die denn alle jemand da hier ich werde verrückt hallo wie sieht das aus hier mit mitarbeiter ja ich bin schon lange am tor hier wo am män für meine schafe us und graf mit moment ich ich überzeugt mich komme ich komme mit meinem mobil also das ding hier ist das brauche ich jetzt jeden tag hier oder was wo bist du denn hier kennt ich bin gleich bei dir ich muss gerade was klären im moment so kennt sie so passt naja das wollen wir nochmal zehn acht lauter laufen aber du schläfst dem erstmal ich gehe nochmal nach hause du arschloch hast mich aus dem bett geschmissen das geht aber das geht gar nicht so was auf ihr ist arbeit jetzt jetzt mit hier mal was geschafft ja du kannst einen scheiß alleine machen du arbeitest jetzt du nimmst du jetzt die schleppe aus dem aus dem ding sondern fährst du und ich nehme mir gar nichts ich nehme jetzt meine füße und genauso hause schüssen hallo geht er jetzt joggen oder was ja aber heute noch einen guten tag ich hätte dir ja gleich ins erne drauf geballert sind zwar das fehlt mir noch was macht ihr die 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 frau pink wie sie noch was los hier morgen alter party morgen erkannt du kannst du packt davon steht auf deinen zwei hügel der case ich hab dir mal dreck einer fährst du zufällig was war das jetzt 60 glaube ich noch mal im karte 68 68 oder fährst du das ding mal düngen das sind ding was sie was ist denn pinkie was ist das pinkie was ist denn pinkie dann läuft zu ihr schau sie ist gleich da beim pinkie was ist denn pinkie was ist denn pinkie kisten pinkie kisten was sind kisten pinkie kartons oder was was er hier schaut der und rektor hier grün rot gelb keine ahnung mit pinkie karte fort wo ist er kann ich nicht arbeiten neben dem dem man sie sein auto ist pink ein bisschen ja aber nur ein bisschen das ist aber das ist aber sehr wenig für für oder eher roten ist kein pink oder das ist eher wohl da bist du blind das ist rot das ist ja aber wie was ist denn pinkie was ich kenne das ist ein fahrzeug oder gegenstand und der kiste oder was ist weg du willst dass die dünnern die karre also dann kisten ist ein fahrzeug also wenn du das brauchst du zu bringen also sind den fahrzeugen traktor ja solle mit der hand gehen alter oder was ich muss das ja verstehen also du musst jetzt nein nein du suchst ein traktor da sagt doch einfach aber warum denn dein traut wir haben doch genug traktoren hier also da hinterm hause haben nix gefunden aber kur schau mal ob er beim alten beim alten studen ich keine ahnung aber kennt sie die alte scheune pg da steht er hinten dran hinterm hinter stein dann da sollte irgendwie stehen keine ahnung was soll jetzt noch am wochen mitten dünnen auf dem acker da auch 68 68 jahres genau ja wohl bin unterwegs das ist ja unverschämt ich habe aber wenn bin jetzt da können wir doch was was ist jetzt da fliegen ist nix dann kann man ansehen schon oder wir haben da ist die ist doch zugeschickt worden was man schon alles vorbereitet haben wie wieder wie der stand der felder ist oder ja da habe ich so eine app auf meinem moment ich meine mal von mir noch so und ja da habe ich schon so eine app da kannst du ja da kannst du ja nur jetzt ja 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 zustand der felder ist ja da habe ich schon gesehen das sind 123 so wir können schon sogar ernten was ist denn das wir könnten sogar ernten ich würde sagen ja 22 förder können wir ernten das wären da wo eben vorbeigefahren sind was ist das denn an ihr das ist der der öl rettig unterfahren ja mehr ist da noch nicht das kann ja wer wochen das könnte jemand machen ja da kann man dann direkt mit so einer kombi irgendwie oder eine eine grubert andere buch pass auf da kommt jemand ach das ist das du lieber himmel hallo was man auch wenn ich denn ach herr kind die ja hallo ja schön was das arbeiten betrifft ja wir reden mal ganz ruhig reden wir jetzt noch ja warte ich immer ein bisschen aus dem verkehr ja ich höre also wenn du erst mal wenn du dich bei mir entschuldigt weil du mich so früh aus dem bett geschmissen hast ja und ich mit meiner arbeit um elf uhr anfangen kann dann können wir darüber reden ansonsten ist das thema für heute erst mal gegessen das klar das thema können wir nicht essen wir sind ja auch wir sind ja ein standort ein wirtschaftlicher standort der muss produzieren wir müssen hier was arbeiten da kann man denn im lbs an war zu du pfeife was wie lange lief der hof jetzt ohne dich keine ahnung wie lange der vorbesitzer den hatte aber es muss ja was getan werden sind wir pleite nein also fang hier nicht an irgendwelche regeln ändern zu wollen die wir seit jahren hier gemacht haben ja ist ja gut aber es muss trotzdem die sind ihre mitarbeiter sie kriegen immer oder ihr geld da kann ich dann einfach sagen sie können bis er schlafen da kommt der nächste sagt ich komme 12 ich fange um 10 uhr an dann fange ich um 10 uhr vielleicht auch um fünf nach zehn aber ganz bestimmt nicht um acht und wenn man mich um acht uhr aus dem bett schmeißt dann bin ich nöckelig ja da müssen wir noch ein ernstes wort zu sehen das verstanden ja groben groben ja aber da sind wir nicht ganz durch mit da müssen wir mal drüber reden will einfach nur ein ja oder nein hast du das verstanden nein traurig wir kommen da noch mal zurück herkens die wenn man normal der gelegenheit haben dann muss ich wenigstens gucken dass die anderen ihrer kollegen irgendwas arbeiten damit der er verlust den sie jetzt hier veranstalten irgendwie wieder reingekommen kann das ist kein verlust das stellt stange nie um vor zehn uhr an zu arbeiten da müssen wir noch mal schauen wie wir das am besten in zukunft da müssen wir nichts schauen das ist so und dann bleibt auch so das müssen wir dann mal ja wenn das nicht so bleibt wenn du meinst das ändern zu müssen kannst du deinen scheiß alleine machen hast du das verstanden müller im groben zügen ja red nicht ich möchte nur ja oder nein ja gut tschüss tschüss also war der schon immer so ja das kann nicht doch keiner keiner reinziehen dass der kommt 10 und und brüllt mich hier an dann ist doch mal bis jetzt einen tag hier mama wo ich hier ja aber das geht doch nicht der kann dann einfach kommen wenn der bilder kommt hier der kommt der hand sie sagt er bei der kinder 10 11 er kommt später zur arbeit arbeitet aber vielleicht weniger oder kürzer das ist schon praktisch hier so kommen auch kein grün 2 hier das aber in die anderen mehr hier der der bad vielleicht ist das arbeitstier irgendwann da muss die arbeit mitmachen von dem wie man das schwierig wo macht wer mir womit man die kind die seine arbeitskraft die fehlt ja von von acht bis zehn für die so und wer arbeitet das mit was der kind die eigentlich machen könnte muss ja jemand aus dem als klar arbeiten oder wie wir müssen jetzt irgendjemand irgendjemand fährt das mit dem gruber oder mit einer was man dafür braucht den 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 wasser das hier richtig unter und dass wir da müssen was ansehen moment ihr kannst sie haben doch auch ihr kannst du nur traktor fahren jedoch aber wenn ich hier den hofer lasse dann läuft jedoch gar nichts mehr oder wie sehe ich das weg laufen durch die die viecher seine ola gesperrt und die maschinen wer kümmert sich denn um die viecher ist das denn garantiert dass da sich mal darum kümmert jeder hat seine abteil und seine von tierchen wie dort das läuft also ich würde mal sagen auf dem großen acker hat man gesagt dann machen wir doch mal sonnenblumen auf dem 68 da wo die wo die die pink jetzt sind ist der traktor pink gewesen da habe ich da eben falsch gesehen hätte das neuer wird das diente so lackiert seid ihr noch ganz dicht hier ist ihr pinkie da kann man nicht den traktor pink das sieht aus wie es ist ich bin da ruhig dir ist egal so können wir jetzt irgendjemand irgendjemand mit einer mit einem mit also zwei leute minimum brauche ich jetzt die eine cobert den den krempel darunter den öl rettich und der nächsten tut dann wenn er seine maschine sonnenblumen da einbauen in dem großen akte wo die pinkie da jetzt haben aber da müssen wir noch irgendjemanden müssen noch kummern dass die ganze rotz also ich sprich wir brauchen jetzt minimum drei leute gut ich will mich dazu breiter klären auch mitzufahren vielleicht also minimum brauche ich jetzt noch zwei fähige leute die mitfahren mit da aber aber das hat diese schon vorbereitet bei 68 das kann man direkt anbauen also anders kann ich doch jetzt da ist doch alles noch zerruppt kann ich da so rein sehen jetzt oder was von blusselt ja ok gut dann fahre ich jetzt sonnenblumen ansehen dann muss ja jetzt noch zwei leute fahren jetzt auf die öl rettich dinge da und 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 krummeln das unterne und unterne hafer draufsehen beziehungsweise noch auf ein nein hafer sonnenblumen mache ich ja klar deshalb deshalb frau ich ja wie kann man auch den schicken bauwoll brauchen auch kein soja bohnen können also sonnenblumen und hafer kommen kann es auch noch anrufen ja der sr main für die schaffe oder nicht froh für mann wie lang die war schon wieder halb zehn ja ich rufe den jetzt an ja moment ich hoffe daran geht ja ja wenn man hier hat ein müller chef ist dran bist du fertig mit deinen scharfen sehen und main und so wer will das wissen dein chef müller ach der neue ach so sagt ja ich komme in zukunft öfter ja 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 mitarbeiter nummer 9 1 mitarbeiter 1 der ist der zehn oder zwölf aber nicht ein mitarbeiter ist nur 1 nein 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 also ich weiß ja nicht aber sie haben immer was dagegen zu sagen egal wie es ist das ist mir jetzt sage ich also ich diskutiere sich mit jedem seine 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 verhältnisse durch ich bin ihr chef und ich bin jetzt die person 1 1 so und jetzt will ich wissen wie ihr stand von ihrer tätigkeit ist wo sind sie und trecker gut ist schon etwas haben sie ihre tätigkeit der schaffe schon erledigt gut also sind sie noch beschäftigt gut also können sie main ja da bin ich bei gut dann würde ich mal sagen alle grünflächen würden sie mal main soviel kann das für die schafe nicht gebrauchen aber ich wir brauchen auch heu und wir brauchen auch silage also alles was in grünflächen ist ja schön wenn das zimmer main könnten wenn ich schon mal dabei sind haben sie eigentlich schon mal gehört dass von wegen schafe immer frisches gras brauchen ja ja das das ist mir schon klar sie sollen ja auch nicht nur für die schafe man sie sollen auch fühlt man doch hat sich die männer für die schafe ja 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 und dann im fall das gleiche ein dann wenn sich hier beim herrn färger sondern dabei beim 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 haben sie keine ahnung was welch bei dem dann werden sie weiter ein weitere anwalt zu kriegen ok naja ich mache mal feiern gleich nee das wird nie was wir hören voneinander ja okay ja es geht gleich weiter ich bin ich muss hat er noch früher schluss machen die forder zu den fällen runter wo du das unterpflügen genau ich komme damit dass ich mich nicht gleich nach der der dings hat noch zu tun aber ich freue dass ihr die in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat dass ein däumchen da ein abo während räumchen wenn ihr mit uns reden wollen kommen teams wie vorbei oder schreibt einen kommentar unter die videos und dann kriegt auch ein antwort bis dahin haut rein